Was ist hier noch? Da ist ein Eingang? Achso. Komm ich... Okay. Useless. Okay, äh, auch gut zu wissen. Da möchte ich nicht runterspringen. Da wollte ich nicht runterfallen. Gemeinheit. Darf ich den ganzen Weg wieder latschen? Geh ich euch durch die Tür? La la la. Da 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 da. Aber Papa, ich will das Schloss eben kurz mal abschließen. Darum war ich nämlich Schlussverhalt, weil ich schon lange genug wieder gespielt habe. Das lange wollte ich eigentlich gar nicht spielen. Wollte ich gefragt. Das Schloss... Moment, jetzt klicke ich hier zu schnell. Oder warte, machen wir anders. Erstmal irgendein anderer. Gibt dir ein Äther. Da hätte ich gleich machen, brauchen wir egal. Da noch, Schmerdmagie, Schocker... ...Dinger. Da ist eigentlich egal. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da... Da 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 da... Da 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 da. Da komm, hau rein, Steiner. Die Attacke setzt sich doch, glaub ich, auch ganz am Anfang gegen, ähm... ging es ein also ganz 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 am anfang so wo wir das erste mal gegen ihn kämpfen und da hat er noch schon gemeistert das ist cool hoppala kann ich nicht verzeihung gut darf ich jetzt wieder hochgehen habs hat habs hat habs vielleicht kommt sowieso eine sehr ätzende stelle im spiel so jetzt aber weg hier so wir müssen da rumlaufen so jetzt haben wir hier einen eingang jetzt habe ich jetzt ein kleines rätsel gleich da müssen wir noch mal zwei truhen das habe ich jetzt alles hier selbst auch noch nicht gemacht das ist alles so ziemlich neu land für mich so wo bin ich denn jetzt hier aha da ist ne truhe in dem fall da ist ne gang what the fuck meine fresse äh ebbsen ist größer als gedacht ja normalerweise wäre ich jetzt sowieso schon fertig hier aber aber soll ich einfach abhauen und versuche mal zu fliehen bis zauber dran ist äh er hat einen technischen schuss und dann lieber auf jeden fall weg und tschüss das ich habe keinen bock die ganzen mp verbraten und okay ich halte zwar ein paar kill aber ich halte doch den hund drauf ein paar kill brauche ich nicht so ein bisschen geld ist unnötig und da haben wir und da haben wir im innenstab ist auch eine alte waffe da kann ich nicht rein das hier kann ich nur rum gehen von da komme ich ja lalalala okay ja ach komm ich hab keinen bock auf dich er ist das erstes dran sagst du nicht früher dann ah da 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 technik und tschüss ich hab keinen bock lalalala ich fliege jetzt einfach die ganze Zeit weil es bringt mir im Moment nicht viel alles so und tschüss come on ein paar kill verloren die ist uninteressant so useless das ein aufzug okay und wir kommen wo kommen wir hin wo big sword big sword okay dann haben wir erstmal eine golenflöte okay er kann es nehmen er kann es absetzen ist hier noch irgendwie ein hinweis okay wir nehmen mal das und stellen es darüber wie war das ich hab das also gelesen was man machen soll zwar aber ich weiß jetzt nicht ob das richtig also ob ich es noch richtig im kopf und das dahin einmal tauschen oder was so so hm hier ist er Moment wie funktioniert oder beides darüber so jetzt hab ich das was oben rechts war Moment oder muss ich Moment das nochmal da hin nochmal ausgangsposition oder muss ich noch einmal raus und wieder rein ja total fast schon animation aber ich hoffe ich setze es damit jetzt nur zurück und hab's nicht versaut so zurückgesetzt so wenn ich jetzt das nehme und ich weiß nicht das gleiche ne ne das da hoch setze das nehme und das da da kann ich Moment kann ich mit dem hier wenn ich zum Schwert gehe was machen nein so das da hin es gibt ja nicht viele Kombinationen die hier gehen so so soll ich jetzt irgendwas machen nein ah jetzt passiert was wow ok ja ich hoffe das wir jetzt richtig Duft der Waisen erhalten das ist das was ich haben wollte das ist Duft der Waisen Valküre Moment Valküre ist doch ich hab glaube ich einen Fehler gemacht Mann ich weiß nicht ob das richtig war Moment ich guck mal kurz was nach ach was rege ich mich denn so auf das war doch alles richtig was ich gemacht hab ich hab grad nur nachgesehen was Valküre überhaupt macht äh ich hab gedacht ich könnte ihn endlich so beschwören aber Odin taucht einfach so wieder auf also äh durch die Beschwörung Odins kann Schad zugefügt werden ähm ich hoffe mal dass es so ist wie ich jetzt gerade sage dass äh ich mach mal Valküre rein ich hoffe mal es stimmt jetzt so dass sich jetzt Odin wieder im letzten Teil zufällig im Kampf zeigt ich hoffe es ansonsten habe ich verschießen naja egal 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 so jetzt holen wir hier aber eigentlich aber da oben in die Throne klauen ich glaube ich erst gleich dran wenn ich überhaupt da dran komme ja jetzt ist hier eine Treppe noch warum ist die Treppe jetzt erst da ich könnte jetzt also theoretisch gesund zurückgehen supi dumm 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 tut mir leid Leute hab ein bisschen gedauert zorg hä hä ist der denn noch nicht ist der denn nicht vor uns rausgekommen er stand schon vor dieser vor dieser einen Wand als wir ankamen und hat uns groß was von seinem Sieg erzählt und dann sagte er was von bis die Tage und haute irgendwohin ab oder hat etwa hat es oder er oder hat er es etwa gar nicht nach draußen geschafft seid so gut und wartet bitte hier ich gehe ihn mal schnell suchen ja alleine super finde ich echt klasse dass er da alleine reingeht diese Stelle im Spiel mag ich nicht so gerne und dann dass er sich dann auch in der